Ich bin Tom Hedler und das ist Jakob Geisler. Wir kommen aus Dresden. Wir kommen aus Dresden. Wir kommen aus Dresden. Wir kommen aus Dresden. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Übung. Es ist ganz gut gelaufen. Und bei dem Handstand ab, also unser erstes Element, da habe ich wirklich ein gutes Gefühl, dass das Element auch wirklich geklappt hat.